Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Market Insight, diesmal aus Omaha, der Heimatstadt von Warren Buffett. Der 87-jährige Investor lebt hinter mir. 58 hat er das Haus für 31.000 Dollar gekauft. Heute ist das natürlich viel mehr wert. Und wir wollen über den Kult von Warren Buffett sprechen. Und aus Frankfurt ist mir nun Christian Wohleritsch vom Onlinebroker GKFx zugeschaltet. Was macht denn den Kult um die Person von Warren Buffett aus? Ja, Warren Buffett, viele Börsianer sind mit ihm groß geworden. Er ist über 80 Jahre alt und viele, die entweder in der Ausbildung oder im Studium mit dem Thema Börse und Wertpapiere beschäftigt, sich haben, Kultstatus. Und wenn man ihn sich anschaut, könnte es auch der nette Onkel oder der nette Nachbar von gegenüber sein, der sich wirklich bodenständig auch gehalten hat. Buffett investiert gerne in Dinge, die er versteht und kennt. Was können Anleger von seiner Strategie lernen? Nun, sehr vieles können Anleger lernen. Ich glaube, persönlich können Anleger beispielsweise von ihm seine Beharrlichkeit, seine Ausdauer lernen. Das, was früher das Thema Investieren, Anlegen auch an der Börse so besonders gemacht hat. Man kauft, man beteiligt sich an einem Unternehmen und partizipiert an den Gewinnen und im besten Fall auch an den Kurssteigerungen. Und das kann man deutlich bei ihm lernen. Und wenn man seine Performance bzw. die Firma, die er führt, sieht, dann sieht man eindeutig, Langfristigkeit an den Kapitalmärkten führt zu Erfolg. Oft hört man ja, in welche Unternehmen Buffett gerade so investiert. Allerdings Monate später. Macht es dann noch Sinn, in diese Strategien zu folgen und auch in diese Unternehmen als Anleger zu investieren? Durchaus. Also sowohl in der Auswahl der Einzelwerte, der Einzeltitel kann man sicherlich auch im Nachgang investieren. Die Frage ist dann immer nur, wann ist der Ausstieg? Denn wenn ein Großinvestor den Ausstieg betreibt, bekommen das die Privatanleger in der Regel etwas zeitverzögert mit. Der Vorteil bei seiner Firma ist, man kann auch als Anleger sich direkt in der Firma quasi als Aktionär platzieren und somit auch unmittelbar an seinen Anlageerfolgen partizipieren. Danke Christian Wohlaritsch von GKFx für diese Market Insights und danke Ihnen fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt am Wochenende auch bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen, diesmal aus Omaha. Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen.